Ah, ist das ärgerlich wieder gewesen. Ah, das geht raus. Okay, nee. Raus muss ich ja nicht. Da war ich ja schon. Und wir schwimmen gegen eine... Wir schwimmen, genau. Wir schwimmen gegen eine Wand. Wir kriechen gegen eine Wand. Guck mal, die Katze da. Ist das ernsthaft? Die... Die Katze, die da so... Ah, nee, hier drüber. Ah. Aber nicht hier, sondern... Moment. Wo war das denn jetzt nochmal? Dup, 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 dup. Genau. So. Wo war das hier? Nein! Nein! Oh, blöde Unschuldige! Scheiße, Mann! Ärgerlich, ey. Ärgerlich! Was bist du für eine Unschuldige? Geh wieder zurück auf deine Position, ey. Wenn jetzt hier hinkommt, ne? Ah! Oh! Die dreht sich nochmal rum. Was macht die denn? Gegner-Patrouille. Ja, das ist irgendwie scheiße. Alter! Boah, was macht die denn da für einen komischen Müll da jetzt? Na, ist egal. So. Ich muss da irgendwie an der vorbeikommen. Na, jetzt hätte ich vorbei können, ne? So. Ne. Die dreht sich wieder rum, ja. Seht ihr das? So. Ich muss einfach warten, bis die mit dem Kopf nach links steht. Und dann riechst du vorbei. Nein, geh doch einfach. Oh, ey. Ich komm da nicht von vorbei. Ich muss da aber vorbei. Ja, ich muss da vorbei. Ey. Hau doch ab. Und jetzt sieht die mich. Jetzt sieht die mich, ja? Aber irgendwie muss ich doch vorbei, Mensch. Das kann man doch nicht machen, so. So, nächster Bereich. Oder was? Jetzt bin ich wieder draußen ernsthaft? Das war nutzlos? Oh, shit. Jetzt muss ich wieder an der vorbei. Alter. Jetzt bin ich hier sneaky mit einer Unschuldigen. Aber warum denn? Hier muss ich gar nicht hin. Oh, man. Ich hab mich ja völlig umsonst reindrängen lassen. Ja, keine Ahnung, ey. Diese Unschuldigen hier. Die sind auch manchmal, ja. So, dann hier rein. Aber hier war ich auch schon. Oder? Nee, hier. Doch. Ja, ja. Oder? Und was ist hier? Ah, ja. Da war ich schon, ja. Ja, ja. Stimmt. So, wo war das denn jetzt nochmal? Das war auf jeden Fall nicht hier, okay. Dann gehen wir wieder raus hier. Dann geh auf die andere Seite, ne? Stimmt. Das war auf der anderen Seite dann. Was? Nein! Oh, shit! Oh, zu schnell gerannt. Oh, mein Gott, ey. Oh, du Penner, ey. Jetzt hab ich mich schon wieder fast entdeckt. So aber nun wirklich nicht. Ja, Großmeister kann ich jetzt leider vergessen, glaub ich. Aber das ist auch irgendwie, keine Ahnung. Bisschen verarsche und, ja. So, was haben wir denn? Hier ist doch irgendeiner mit... Der ist immer noch oben. Oh, Mann, ey. Oh, egal. Da muss ich jetzt erstmal hier... Was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier noch? Augenblick mal. Was haben wir denn hier noch? Nichts, okay. Ich verstehe. Ja, dann. Gehen wir links, geradeaus und dann hier rein. Und dann da hinten irgendwo hoch, ne, oder? Ne, hä? Wo soll ich denn jetzt genau hin? Moment mal. Äh, hm. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Doch wieder auf die andere Seite, oder was? Ah, geh auf. So. Muss ich doch wieder auf die andere Seite. Da war doch nur die Unschuldige. Äh, Moment mal. Ne, ne, dann. Keine Ahnung, wo das war. Jetzt verkack ich hier schon im ersten Level, oder was? Ja, blöde Katze. Ach hier, ach Gott, ja. Okay, dann weiß ich ja Bescheid. So. Da war der doch, ich hab den gesehen. Oh, Mann. Oder auch nicht. Hä? Aber ich hab einen Phantomen gesehen, okay. Auch nicht schlecht. Tss. Oh, Mann. Ah, hier geht's hoch, alles klar. Dann kann ich ja gleich mich um den Gegner hier kümmern. So, ach, da ist er doch. Oh Gott, bleib da, ey. Bleib bitte da. So. Was geht der für eine Route? Oh, Mann. Eine richtig, eine richtige Verarsche-Route. Ich hab hier wieder Slowdowns. Das gefällt mir nicht. Oh, Mann. Was macht der denn? Nein, ey. Warum? Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Oh, Mann, ey. Ich bin doch weggegangen. Pff, alter. Das kann jetzt nicht deren Ernst sein, oder? Oh, da ist er. Okay. Alles klar. So, ja, lost. Okay, und zack. Weg mit dir, ey. Was hast du jetzt davon, wenn du mich entdeckst? Penner, ey. Mann, das wird schon wieder so eine Müll-Statistik hier. Wo muss ich jetzt hin? Guck mal, was da... Ah, nee, das ist nur eine... Nur ein Kätzchen, okay. Sekunde. Hier ist bestimmt einer drin. Ah, der pennt, okay. Okay, wie soll ich sie denn kriegen, wenn die pennen und... Oh, Gott sei Dank, ey. So, den haben wir. Alles klar. Den haben wir Stealth. Hier ist noch einer. Oben drüber wieder. Aber hier kann man nirgendwo hoch, ne? Ne. Okay, ja, dann gehen wir hier rein zu den Kätzchen. Ja, ja, ist gut. Ah, links. Links. Links höre ich was. Ja, ist doch gut. Ah, jetzt sagen sie Lost Her statt Lost Him. Da ist er. Oh, Mann. Oh, Gott. Oh, das war geil. Das war geil. So, jetzt sagen sie nämlich, ich habe sie verloren und nicht ich habe ihn verloren. Das macht auch Sinn, meiner Meinung nach. Hier oben sind die ganze Zeit überall Gegner. Ein Heiltrang, sehr schön. Gib mir das. So. Da muss ich jetzt aber... Hä? Moment mal. Dann hier durch und dann hier rein. Ja, ist gut. Hör auf zu miauen. Dann hier durch, dann hier durch, dann hier geht's weiter. Oder was? Ja, aber das ist ja nur das hier. Ne, stopp. Ne, 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 ne. Da komme ich ja her. So. So. Ah, schaut mal, da oben. Da oben kann man hin. Alles klar, sehr schön. So. Dann geht's ja hier rein, ne. Nämlich an. Boah, Alter. Da. Oh, Gott sei Dank bin ich nicht. Ne, die sind stärker, die Gegner. Das sieht man an der Körperstatue. Und, yes, geil. Der wollte sich gerade wieder umdrehen, ey. So. Zack. Weg mit dir. Ja, aber sie sieht cool aus. Oh, schon. Schon hübsch. Schon ne hübsche. So, dann geht's mal hier weiter. So. So. Äh, Sekunde mal. So, hier ist nichts. Da unten ist einer. Ich glaube, ich bin zu lang. Oh, ne. Das hat geklappt. Sehr schön. Geil. Okay. Zack. So. Dann geht's mal. Moment, gibt's hier noch irgendwas? Ne, hier gibt's nix. Okay. Dann geht's mal hier lang. Da liegt ein Item. Ninja Wiedergeburt. Sehr schön. Okay. Ah, wir haben's. Wir haben's schon. Okay. Wir haben's. Okay. Wir haben's. Fertig. 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 Ja, zwischen dir und mir ist es bekannt als die Jewel der Erde. Die Geschichte sagt, dass es zwei mehr wie es gibt, irgendwo in diesem Raum. Er, der alle drei acquiert, wird die Macht über seinen wildesten Tränen herausfinden. Hmm, das ist sehr, sehr interessant. Ich kann dir alle drei, du kennst. Huh? Ist das ein Business Proposition? Consider es ein Favor! Kidnappieren Mädchen ist nicht genug, hm? Du musst sein einer von Goda's dogs. Jetzt schauen wir uns. Kidnappieren, Jewel Theft, Bribberie. Sie sind auch ein Schauspieler. Guards! Guards! Ja, du kannst ja versuchen. Oh! Oh! Moment mal! Und zack, 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 zack. Bämst Junge! Und zack! Nein! Was? Achso. Hä? Was war das denn? Okay. Was macht der? Boah, ey! So, und zack, 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 zack! Nein, okay. Boah! So, Junge. Jetzt reden wir mal weiter hier. Zack! Nein! Yes! Weg mit dir! Ja! Das war voll Bock mit Ayame irgendwie! Voll geil! Ja! Sehr schön! So! Doch! Ach, hier geht's jetzt nochmal weiter! Uiuiui! Ah! Da in der Mitte ist er. Okay. Wir sind jetzt wieder noch Gegner oder was? Hallo? Sind hier Gegner? Wir sind bestimmt Gegner, ey. Das sieht so aus wie das. Nee, hä? In die Richtung. Aber da ist ja nix. Moment mal. Wie komm ich denn jetzt hier raus? So. Okay. Dann alle überall wieder komplett zurück hier. Oder was? So. Dann war das ja hier hoch, ne? Genau! Da oben! Wir begeben uns auf die Jagd nach Ichigoya! So. Der war ja... Der ist rausgerannt. Ich verstehe. So. Dann geht's mal hier. Hier lang. Jetzt hier geradeaus rein. Und dann hier rein. Und dann... Moment. Wo war das nochmal? Das war glaube ich... Hier und dann hier raus. Irgendwie. Ich muss wieder raus aus dem Haus. So. Aber es ist sehr geil gemacht. Also wir haben... Auch mit zwei Teilen hier... Das Level... Schon sehr geil. Also ich finde dieses Spiel... Wie gesagt... Auch wirklich sehr gelungen. So... Ah... Haben wir ihn gefunden. So. Oh je... Oh je... Was? Ok... Oh je... Oh je... Das... Oh je... Was? Ihr Zeitpunkt hat bereits vorgebracht, Herr. Du wirst uns selbst genießen. Ich versuche es. Das war übelst knapp, glaube ich. Egal. Yes. Keile. Geschafft, man. Geschafft. Yes. Das wollte ich doch nur, Mensch. Schauen wir mal, was wir für Items hier kriegen. Yes. Jetzt haben wir den Giftreis. Jetzt haben wir den Giftreis und ein Invisible Spell. Okay. Das heißt, wir werden unsichtbar. Na, brauche ich nicht. Das Wichtigste ist wirklich der Giftreis. Und die Ninja-Wiedergeburt. Das, sehr geile Items. Und ja, genau. Yes, mein Großmeister. Yes. Yes. Geil. Geil, geil, geil. So. Weiter geht's. Lord Goda nods quietly as you report to him regarding the three jewels that Echigoya spoke of. However, he makes no mention of it and asks you to forget the incident and the conversation. A few months later, a treacherous incident occurs. Hamada, one of Lord Goda's men, takes Lord Goda hostage and demands that the jewel of virtue be brought to him. Timed with Hamada's acts of treason, a mysterious band of ninjas attacks the castle and takes over every floor. You must hurry to rescue Lord Goda and dispose of the traitor. Ah, ja, okay. Also, so wie beim Rikimaru durchgang auch. Ja, beim nächsten Level. Und wir haben Ancient Gift Reis. Yes. Ja, geil. Was ist das denn da? Ah, das ist dieser Invisivile. Nee, okay. Nee, egal. Wir sollen jetzt im nächsten Level sollen wir Lord Goda befreien, quasi, weil eine mysteriöse Gruppe Ninja hat ihn gefangen genommen und das die Festung infiltriert. Und genau. Wir sollen ihn das nächste Mal retten. Und ja, das würde ich aber sagen, Freunde, sehen wir erst das nächste Mal. Ich werde jetzt erstmal Schluss machen und das dann zusammenschneiden. Und ja, genau. Dann bedanke ich mich für alle, die zugeschaut haben und wem es gefallen hat, dann lässt mir doch ein Like oder Abo da. Bitte, bitte. Und ja, dem Rest wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ciao, ciao.